Echtes King-Size-Komfort-Bett. Echte Wohnküche. Echte Flexibilität. Jeder Bus ist ein Camper und das Plug-in-Modul mit King-Size-Bett für deinen Bus. Das sind die Versprechen von Good Life Vans. Der Ausgangspunkt für jedes perfekte Campervan-Erlebnis ist ein komfortables Bett. Bei Good Life Vans haben wir nicht nur King-Size-Bettmaße von 1,60 Meter auf 2 Meter, sondern auch ein perfektes Stütz- und Dämpfungssystem aus Lattenrost und Tellerfedern über die gesamte Liegefläche. Durch das 3D-Verwandlungssystem der Möbelelemente müsst ihr auch bei Küche, Wohnraum und Stauraum keine Kompromisse eingehen. Sogar eine Toilette hat ihren Platz. Dank der Good Life Bodenplatte, die als Adapter zu eurem Fahrzeug dient, passt das Good Life Modul in alle gängigen Busse. Die einzelnen Möbelelemente sind auf dieser Bodenplatte befestigt und das bedeutet kein Bohren, kein Schrauben an eurem Fahrzeug. Euer Bus bleibt komplett frei von Einbauspuren. Good Life Vans – Campermodule mit King-Size-Bett für Steinem Fort. Bis zum nächsten Mal.